Die Sendung wird präsentiert von RATGEB.BIO. Knackig. Gesund. Bio. Logisch. www.ratgeb.bio Herzlich Willkommen vom Bauernhof der Familie Zbinden in Seeberg im Kanton Bern. Ich verbinde wunderschöne Erinnerungen aus meiner Kindheit mit Bauernhof. Und es wird für immer mehr Leute in der Schweiz auch wichtig, dass sie noch einen persönlichen Bezug haben zum Bauern in der Nähe und zu diesen Produkten. Auf der anderen Seite gehört man aber auch Schlagzeilen, die einem nicht so Freude machen, nämlich Suizid, Burnout, Hofschliessungen, ganze tausend Betriebe werden im Jahr geschlossen. Und das alles werden wir vertiefen im Verlauf dieser Sendung anhand von persönlichen Geschichten. Viele von diesen Herausforderungen kennt auch Michael Zbinden aus eigener Erfahrung. Er führt den Bauernhof hier in Seeberg zusammen mit seiner Frau und einem von seinen Söhnen. Michael hat den Hof vor elf Jahren von seinem Schwiegervater übernommen. Auch er packt immer noch jeden Tag bei der Arbeit an. Zum Hof von Zbinden gehören gut 26 Hektaren. Neben Milchwirtschaft und Bulemast betreiben es auch Ackerbau. Hier hat es Getreide wie z.B. Gerste, Brotweizen, Urdinkel oder Mais. Mit seinem Sohn zusammen baut Michael gerade einen Haag für eine neue Weide auf. Die Kühe von Zbindes produzieren jeden Tag bis zu 500 Liter Milch. Mit ihren schönen Simmentaler Kühen haben sie auch schon mehrere Preise gewonnen. Heute dürfen sie nochmal auf die Weide frisches Gras geniessen, bevor der Winter kommt. Zusann, ähm, Michael, seine Frau kümmert sich um den Gemüsegarten der Familie. Und für den eigenen Gebrauch gehören natürlich auch auf diesen Hof ein paar Hühner und Hasen. Und um diese kümmert sich die Schwiegermutter von Michael. So, und jetzt gehe ich zusammen mit Michael an einen Ort, wo er ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte. Wo sein Leben vor zwei Jahren auf den Kopf gestellt hat. Und jetzt begrüsse ich hier in der Schür, hochoffiziell, Michael Zbinde. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, bitte. Es ist ein spezieller Ort. Hier haben wir auch schon ein Konzert veranstaltet oder einen 1. August-Brunch. Kann man sich wirklich vorstellen, der Raum ist richtig einladend. Aber du verbindest den Raum auch mit einem schweren Unfall vor zwei Jahren. Was ist dort passiert? Da bin ich hier vom Heustock, fünf Meter oben nachgekehrt. Und bin heute eigentlich dankbar, wenn ich da zurückdenke, dass ich noch da bin. Also auch im Moment, wenn du wieder da reinstehst, irgendwann, kommt das immer wieder etwas hoch? Das kommt mir eigentlich viel in Sinn im Winter, wenn ich von Heustockkuchen gehe. Über das reden wir dann noch ein wenig später. Ein wenig in einem anderen, gemütlicheren Rahmen. Etwas will mich aber gleich Wunder nehmen. Ich habe so den Eindruck, du bist wirklich mit ganzer Leidenschaft, auch wenn man mit dir hier durchlauft, durch den Hof durch, bist du Bauer. Aufgewachsen bist du auf einem Bauernhof im Simmental. Und ich glaube, wir mussten ja dort auch schon recht hart durch und den Franken wirklich drehen, wie man so schön sagt, mehrmals. Und du bist aber trotzdem dran geblieben. Was ist es denn, was die Leidenschaft von dir ausmacht? Ich denke, in erster Linie war es so, dass unser Vater uns wirklich auch die Schönheit des Berufsstandes weitergegeben hat. Und mein ältester Bruder bauert ja auf dem elterlichen Heim. Und ja, ich hatte dann eine Gelegenheit, dass ich hier weiterfahren konnte. Und das war etwas, das mich halt immer begeistert hat. Mit diesen Tieren, schon vom Kälbchen bis zur Kuh, einfach auch zurückzuverfolgen, die Generation. Zum Beispiel habe ich immer jetzt noch hier, wo ich zurückverfolgen kann, bis ins Jahr 1951, wo mein Vater von seinem Schwiegervater ein Tier übernommen hat. Und ich habe immer noch von dieser Linie bei mir im Stall, wo ich von meinem Vater von Simmental hernehmen konnte. Und das ist etwas, das ist ein riesen Erd für mich. Und an diesem habe ich Freude. Und das hat mich schon als Kiel fasziniert, einfach die Nachkommenschaft von diesen Kühen einfach zu verfolgen. Über weitere Erlebnisse, über das, was dich ausmacht, über ganz viele Geschichten, die dein Leben wirklich geprägt haben, wollen wir weiterreden. Und ich habe gehört, wir dürfen so in die Küche, oder? Ja. Okay, ich freue mich. Wir gehen gerade am Anfang von unserem Gespräch ins Jahr 1993 zurück. Das war ein wichtiger Punkt. Wir waren noch nicht lange geheiratet. Wir kommen auf den Hof der Schwiegereltern. Und dann 2006 übernehmen wir ihn schliesslich. Also, Susanne und du. Wie war es eigentlich da, unter dem gleichen Tag zu sein? Also, das waren noch vier Geschwister, noch eine Tante, die beiden. Also, ein Haufen Leute waren da oben. Ja, es war wirklich eher das Zimmer ausgefüllt in diesem Haus. Und, äh, am Anfang ging das auch ganz gut. Also, wir haben uns ja gefreut, hierher zu kommen. Es war eine neue Herausforderung. Und, äh, ja, es war nicht immer ganz einfach. Was war denn nicht so einfach? Ich denke, im Rückblick einfach, meinen Platz zu finden. Eine Herausforderung ist auch, wenn ich zurück schaue, zusammen zu arbeiten. Und dann auch wieder zusammen unter dem gleichen Tag zu wohnen. Wir hatten schon für uns ein wenig. Ist es auch so, dass man sich manchmal etwas überwacht fühlt? Ob das bewusst oder unbewusst ist. Man hat doch auch verschiedene Arten, wie man Bauern oder gewisse Sachen anpackt. Wie hat sich das zum Beispiel gezeigt? Vielleicht eine solche Situation, wo es auch ein Gespräch gebraucht hat? Also, es ist ja sicher, äh, merke mir irgendwann, ich bin ja ganz in einer anderen Familie aufgewachsen. Es ist eine ganz andere Familienkultur. Weder das, äh, bei der Susanne zu Hause ist gelebt worden. Es ist nicht so, dass eine schlecht ist oder eine gut ist. Es sind einfach zwei Seiten. Und da ist sicher schon in erster Linie die Kommunikation nicht das Gleiche gewesen, wo wir unter Umständen den Schwiegervater und ich nicht vom Gleichen geredet haben. Ja. Kannst du mir das Beispiel sagen? Also, für mich war es ja sehr viel neu, weil ich vom Berner Oberland war, als ich dann ins Flachland kam. Also, ja, als Bauer. Und ich war dort ja sehr viel angewiesen gewesen auf die Unterstützung, auch auf die Hilfe des Schwiegervaters. Weil ich viele Sachen ja nicht gekannt habe. Wir hatten keinen Ackerbau. Und dort gab es natürlich Beispiele, wo ich mich, äh, wo ich mich nicht fähig gefühlt habe, einfach, äh, im Ackerbau Sachen zu machen. Wo man dann irgendwo, wo einfach auch so Themen waren, wo ich das Gefühl hatte, das ist nur dem Schwiegervater sein oder das ist meins, wo einfach eben so Missverständnisse haben aufgekommen. Einfach auch nicht, dass wir zusammen geredet haben. Hat sich der Umgang in Beziehung zu den Schwiegereltern irgendwann zum Guten gewendet? Ja. Also, das ist wirklich, wir haben ja einen Weg zusammengegangen. Äh, meine Mutter ist sehr unverhofft gestorben. Und als ich an diesem Grab gestanden bin, von dieser Mutter, habe ich gedacht, dass ich jetzt wieder eines meiner Schwiegereltern dort wäre. Wo wir zu dieser Zeit gerade einfach wirklich ein bisschen schwierige Zeiten hatten zusammen. Und das hat mich eigentlich veranlasst darauf, dass wir einfach wirklich das nachgehen können. Und es war auch ein Vorrecht, dass die Schwiegereltern bereit sind, auch einen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch immer wieder das Positive sehen, was das andere macht und nicht in erster Linie das Negative. In diesem Leben hat es immer wieder Herausforderungen gegeben. Das ist nur eine davon. Da sind auch noch körperliche Geschichten dazu gekommen, also recht schlimme Krankheiten. Zum Beispiel ein riesen Zelltumor heisst das Ding, oder? Was im Bein 2006 entdeckt worden ist. Zuerst war die Diagnose noch etwas dramatischer. Aber was war es dann effektiv? Zuerst, als ich in die Röhre gehen musste, ging es um einen Meniskus im Knie. Und nach der Röhre haben wir eigentlich von einem ernsthaften Krebs gesagt. Und es war gerade die gleiche Zeit, als wir in den Betrieb haben, über 906. Und als ich dann vom Spital heim gefahren bin, als ich nach Hause kam, war meine Giele. Dann zum Mal hier in der Mittelschule, war sie am Geissen gefahren. Und da habe ich einfach geredet. Ich dachte, darf ich das nicht erleben, zu sehen, dass meine Kinder gross werden. Aber ja, es war wirklich ein Gottesgeschenk. Es war ein riesen Zelltumor. Ich war bis heute noch eingeschränkt durch das Fremdmaterial, das ich im Bein habe, durch das Kniegelenk, das dadurch beschädigt ist. Ich bin auch eingeschränkt mit dem Laufen. Aber ich lebe damit. Und dann kommt später noch ein Seckenbeiss dazu? Ja, das war nachher ... ... im 14. Jahrhundert. Und ... Ich meine, der war wirklich noch eine Stufe dramatischer. Weil der hat dich ja gezwungen ... Also, zuerst einmal, wie hat sich das ausgewirkt? Psychisch und körperlich? Also körperlich zuerst, dass ich einfach so Nervenschmerzen hatte. Und bin nachher auch im Gesicht gelähmt worden. Auch auf der rechten Seite Lähmungserscheinungen hatte. Und nachher, ja, bin ich ins Spital, und hat das ganze Karussell verlaufen. Karussell heisst? Ja, einfach ... Antibiotika eine Woche lang, 24 Stunden, und dann am ganzen Monat jeden Tag eine Infusion. Und ... Ja, dann heissen wir eigentlich ... So war es so die Weise gewesen, nach einem halben Jahr sei ich wieder arbeitsfähig. Und zu dieser Zeit, einfach halbes Jahr, war ich einfach 100% arbeitsfähig und fähig geschrieben. Wie hat sich das ausgewirkt im Alltag? Ich meine, abgesehen davon, dass es mit dir natürlich etwas gemacht hat. Ich habe eine sehr starke Familie hinter mir, die Frau, die Susanne und die Kinder. Aber einfach auch einen Freundeskreis, der sehr stark ist, die uns unterstützt haben. Wir mussten schon damals im 06. über ein Jahr Betriebshelfer haben, weil es zu viel geworden wurde für die Schwiegerelter, aber auch für uns und für die Susanne. Und wir mussten dadurch immer wieder auch Angestellte haben. Und wir mussten auch verschiedene Sachen an Fein kürzen, wo wir gemerkt haben, es liegt nicht mehr drin. Eine Leidenschaft, die ich hatte mit den Jungen zusammen. Wir hatten Geissen, wir hatten Rassenhühner. Alle Orte mussten wir an Fein stecken, wo die Jungen an Ausflügen sind. Und ich habe gemerkt, das liegt gar nicht mehr drin. Es ist alles mit Schmerzen verbunden. Aber zurückzuschauen, ich bin dankbar für die Zeit, die ich dann hatte. Und etwa zu 50 % warst du dann auch arbeitsfähig? Jetzt noch, ja. Das ist heute gestanden. Das ist heute gestanden. Und wenn ich zurückzuschauen, das waren drei harte Jahre. Für mich selber, aber auch für mein Umfeld. Meine Familie hat auch sehr viel mitgetragen, weil ich manchmal nicht so erträgbar war, denke ich. Kannst du das noch etwas mehr beschreiben? Nicht erträgbar war? Das ist einfach so, wenn mein Kopf einfach die normale Arbeit bewältigen wollte, habe ich oftmals gemerkt, der Körper macht es nicht mit. Und einfach, da sind wir reingestehen. Ich arbeite das nicht mehr. Das geht nicht. Und ich muss wieder schlafen oder liegen gehen. Hast du dann manchmal gedacht, für was bin ich eigentlich noch da? Das ist sehr stark hoch gekommen. Mehrere Mal war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, es ginge mir Familie viel besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre. Ich bin ein bisschen verflüssig. Ja, es wäre ein Problem gelöst. Ja, es hat auch die ganze Familie gebraucht. Es war nicht einfach, mit mir zu leben. Wo du einfach auf einmal merkst, du bist irgendwo zwischen Hang, zwischen Himmel und Erde und weisst nicht, was du eigentlich für was bist. Und das hat sich, glaube ich, recht gesteigert bei dir, bis hin, dass du denkst, ja, eben, es müsste jetzt auch nicht mehr sein, dass ich da bin. Irgendwann ist das in deinem Kopf oben entstanden, fast ein konkreter Punkt. Jetzt mache ich los. Ja, einmal war es so, dass ich alles so parat hatte, für mich aufzuhängen. Und einmal bin ich eben mit dem Auto ab. Eigentlich ziellos. Ich bin dann in der Ostschweiz zu einem Kollegen. Aber auf diesem Weg hat sich eben noch Verschiedenes. Hast du innerlich abgeschlossen gehabt, also mit der Familie und mit dir selber? Man spricht ja manchmal von einem Tunnelblick, dass die Leute nichts mehr anders sehen. Ist das bei dir ähnlich? Mit mir selber habe ich abgeschlossen, aber mit der Familie noch nicht. Ja. Und ich glaube, das war mein Glück auch. Und einfach auch Freunde, die einfach wirklich hinter uns gestanden sind. Wie ist es denn dazu gekommen, das ist auch noch eine spezielle Geschichte, dass es trotzdem nicht gelungen ist? Sonst wäre es doch nicht da. Ja, zu dieser Zeit, also eben, die Familie war sicher sehr stark. Sie haben also auch den einen Sohn, den ich eben mit dem Hatz hatte, hat mir einfach wirklich auch geschrieben. und ich habe gemerkt, was das in ihm auslöst. Und das andere war, dass nachher ein Freund, den ich mit ihm schon zwei, drei Jahre, oder vielleicht sind sie schon länger, so eine Männerfreundschaft pflegen, wo wir uns, wo wir auch zusammen einfach einfach wirklich auch sehr viel teilen konnten. Er hat mir dann einfach ein SMS geschrieben, geschrieben, bloß wenn ich dich nicht melde, in dieser oder dieser Zeit dann bieten wir die Polizei auf. Und dann habe ich mich gemeldet. Es wäre eigentlich lange, schon alles das, was du erlebt hast mit diesen Krankheiten und mit der Suizidalität, die dazukommen ist. Aber es ist eigentlich noch krasser gekommen, der Sturz dort vom Heustock, fünf Meter. Und du sagst, der Rudi hat dort auch wieder eine Rolle gespielt, eine wichtige Rolle. Kannst du uns einmal die Geschichte erzählen, wie du sie in Erinnerung hast, dort, wo du runtergekehrt bist? Was ist eigentlich dort konkret passiert? Ich bin die Leiter auf. Und das oberste, wo ich von Leiter auf den Heustock rüber will, ist die Leiter einfach gegangen. Und einfach den Moment, wo ich so diesen Schritt von Leiter auf den Heustock gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, das hat nicht mehr und jetzt keine. Da habe ich gedacht, wie komme ich dort nicht an? Und dann, als ich geflogen bin, ist wirklich, das habe ich bis dahin nur gehört, aber den Moment, wo innerhalb ein paar Sekunden einfach das ganze Leben durchläuft. Wo einfach von Kind bis zum jetzigen Zeitpunkt als durch die Station. Und dann bin ich gelandet. Ist das das, was man häufig gehört im Zusammenhang mit solchen Geschichten, dass so eben die Kurzfilmfassung dann kommt? Mein Leben, oder? Ja. Das ist dir auch so gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass das in einer Kurzfassung abläuft. Aber wirklich, von Kind bis dahin. Dort warst du noch bei Bewusstsein, in einem kurzen Moment. Was ist denn dort? Ich meine, das sind ja alles ein paar Sekunden. Das ist der Flex einfach sofort aufstehen. Und ich konnte nicht mehr aufstehen. Mir hat die linke Seite so fest weht, dass ich gemerkt habe, da geht nichts mehr, wir arbeiten das nicht mehr. Und unten zu, ich hatte zu der Zeit auch einen Flexrund. Der hat unten gewartet, den Aufprall gehört. Und dann kam der Alarm. Jetzt stelle ich mir vor, wie du dort liest und nicht weisst richtig, wie es weitergeht. Plötzlich hast du aber den Krankenwagen noch mitbekommen. Und dann kommt die Bewusstlosigkeit. Der Rudi Heiniger ist dann gekommen. Wir haben ihn vorher schon erwähnt. Dort, wo es um die SMS ging und er wurde von deinen Söhnen avisiert. Rueni Heiniger, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo zusammen. Was hast du für Erinnerung an den Moment, wo du dann herkommst und aber bereits das Stadium der Bewusstlosigkeit eingetreten ist? Ich bin ins Büro gesäckelt, ins Auto, gefahren. Ich weiss auch nicht genau wie. Auf alle Fälle bin ich dann da hergekommen. Und dann konnte ich nicht parkieren in der Nähe, weil alles abgeriegelt war. Und ich begann dann und habe irgendjemand gefragt, wo sie sind. Und dann haben sie gesagt, ja, top auf dem Heistock. Und dann bin ich das Leiterchen auf dort. Und dann habe ich gemerkt, das war nicht gut. Das war eine ganz ernste Situation. Susanne war da, Melanie, und Matthias, glaube ich auch. Und er merkte ja, die sind so traurig. Und dann habe ich Michael gesehen, redungslos auf der Bar gelegen. Die Leute, die Rettungssanitäter drumherum. Und dann bin ich zu ihm. Zuerst hat nichts reagiert. Und irgendwie habe ich einfach anbeten. Ich bin runtergeknäulert bei der Bar. Ich habe seinen Kopf in meiner Hände genommen und dann einfach anbeten. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, Vater, was wir zusammen erlebt haben, Michael. Und irgendwann hat Michael gesagt, Ruedi, bist du da? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin da. Und irgendwann hat Michael noch anbeten, Ruedi, du bist mein Freund. Das weisst du aber nicht mehr. Nein, das weiss ich nicht. Zuerst war mir das fast etwas peinlich, aber dann hat er gesagt, Michael, ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Der Oberarzt, den du dort verwacht bist, ich weiss nicht mehr, wie lange du weg warst. Weisst du das noch? Das weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht genau, wann es eigentlich am Nachmittag passiert ist. Weisst du noch, was er gesagt hat? Der Oberarzt? Ja. Der ist zwei- oder dreimal zum letzten Mal kam er zu Mitternacht zu mir. Er sagte zu mir, er hat mehr als Heerschutzengel gehabt. Die meisten, die aus dieser Höhe oben kommen, sehen wüst aus oder sind sie eben nicht mehr da. Dir war klar, was du in dieser Situation erlebt hast? Ja. Ich muss ja vielleicht dazu anfügen, sie haben mich dort sofort alle Apparate durchgelassen. Das habe ich auch nicht allzu mitbekommen. Und in dem Moment, als ich im Spital war, hatte ich nichts kaputt. Das ist für mich unerklärlich. Das ist für mich wirklich ein Wunder. Im Nachhinein weisst du auch von einem recht eindrücklichen Traum, den du genau in dieser Zeit hattest. Mhm. Und ich glaube, das Erlebnis, das ich dort hatte, ist dort zur Vollendung gekommen, wo einfach die Ruhe für mich verbeten hat. ich bin, ich bin, ich bin wirklich, das habe ich so real erlebt, in dem Moment, wo ich gewusst habe, es ist irgendetwas passiert. Und dann sind so zwei ganz grusige, dunkle, so grusige, schwarze die Gestalten gekommen, haben mich gepackt und haben mich in eine Sarg rein getan. Und als ich in dieser Sarg gelegen bin, das weiss ich so genau, habe ich einfach gewusst, jetzt ist es vorbei und ich bin nicht am richtigen Ort. das ist so eine Notwort in mir und ich kann nichts mehr machen. Und dann haben diese zwei dunklen Gestalten den Sargdechel genommen. Und als sie den Sargdechel wollten auf eine Sarg legen, kam es so wie eine Hand, so wie ein helles Licht, das den Dechel weggetan hat. Und ich denke, dort war der Moment, wo eben die Verkäufer für mich gebeteten. Die Männerfreundschaft möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr hören, was diese beinhaltet. Also einfach eine intensive, vor allem auch Glaubensbeziehung mit einem anderen Mann zu haben, wo man wirklich Mann ist, wo man echt ist, wo man wirklich erzählen kann, wo man vielleicht eine Ehefrau nicht erzählen kann, was vielleicht ein Mann braucht nebendran, wo man einfach wirklich intensiv und auch wie eine Verbindlichkeit lebt. Wir Männer fühlen uns ja manchmal so stark oder wollen von aussen so stark sein. Und dann tut das einfach manchmal gut, schwach zu sein und das auch mit einem Nomad zu teilen. Wir haben am Anfang gesagt, dass die Bauern in den Schlagzeilen sind. Ähm, nicht nur positiv in den Schlagzeilen, aber nicht selber verschuldet. Da ist auch Suizidalität rum. Man redet plötzlich über Themen wie Burnout. Man redet darüber, dass man die Pleite geht, dass man es nicht mehr schafft. Tausend Höfe pro Jahr, die zumachen. Wo sehen die Hauptgründe? Ich denke schon, wenn man das Bild von uns Bauern vor allem reflektieren, wie es von aussen kommt, das ist grundsätzlich nicht sehr ermutigend. Das ist ja so. Wir kosten nur in der reichen Schweiz. Da verliessen viel Geld in die Landwirtschaft, und wir dankbar sein dafür. Das ist für uns ein Sagen. Genau. Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite ist der wirtschaftliche Druck, den die Bauern in der Mecke hat, einfach zu produzieren und mit dem vorzukommen. Die ganze Entwicklung in der Mechanisierung ist plötzlich die Bauern alleine auf dem Betrieb. Der Bauern mit der Frau vielleicht ist noch jung, vielleicht nicht mehr. Und dann hat man plötzlich eine solche Druck in der Mecke. Man muss funktionieren, man muss gesund bleiben, vor allem körperlich, damit man nicht leidet, dass man aussteigt. Klar gibt es Betriebshelfer kurzfristig, aber das ist recht teuer, das vermaniert man über längere Zeit. Das ist auch noch ein Druck. Man muss gesund bleiben, man muss funktionieren. Man ist reingestellt in eine Familie, in mehrere Generationen. Das findet alles in einem Verbund statt, wo man merkt, ich kann nicht draus. Wir sind einfach dort gefordert, wie Verrückbauer. Dann gibt es dann, wenn gewisse Umstände dazukommen, wenn man vielleicht Gesundheit nicht mehr ist oder in der Eherbeziehung kriselt, dann kommt plötzlich das Gefühl ins Wanken. Dann gibt es einfach, dass das Bauern dann der Deckel läuft. Vielleicht hat man dann wirklich keine Ansprechperson. Ja. Du bist aber trotz all dem, was du erlebt hast, dranbleiben. Ist es auch eine Herzensangelegenheit? Es kommt nichts anderes in Frage in deinem Leben. Als das Bauern? Ja. Also für mich schon. Also wenn ich so richtig auf die Schnauze komme, einen Tag lang, wo ich dann am Abend noch in den Stall kann, Kühe rein tun oder einfach melken, das ist einfach, da würde ich so dankbar. Ich bin einfach irgendwo, das ist vielleicht das Glücksgefühl für mich. Ihr seid engagiert, ihr seid kirchlich auch unterwegs, Konferenzen, es gibt auch so etwas wie ein Bauerngebet zu treffen. Das heisst also, ihr betet zum Beispiel auf euren Höfen auch für Ernten, für das Vieh. Ganz praktisch. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Nützt das? Das nützt, das ist ja so. Es nützt nicht so, wie wir es uns wünschen oder wie wir es uns vorstellen. Das ist nicht einfach so ein Zaubermittel. Nein, das überhaupt nicht. Aber wenn man Gott einlässt, den Alltag neu, wieder unser Alltag, das hat Auswirkungen. Das hat wirklich Auswirkungen. Also ihr betet auch für die Kälber und für die Kühe? Und habt ihr schon Sachen erlebt? Also konkret? Ganz prägende Sachen. Raus mit den Wohren. Also ich kann vielleicht sagen, wir hatten einmal Zwillingskälber bei uns daheim auf dem Betrieb und dann hatten wir wirklich mit Kälberdurchfall Probleme. Das hat die Kälber zum Teil innerhalb eines Tages zu wenig verräumt. Die Kryptosporidien heisst der Erreger, wenn ich mich richtig erinnere. Auf alle Fälle hatten wir die zwei eigentlich flach. Wir mussten sagen, da brauchen wir nicht einmal mehr den Tierarzt zu haben, das nützt nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, wir beten wir, das glauben wir nicht. Der Tierarzt ist vielleicht für nichts mehr, aber wir haben einen Gott und jetzt beten wir für die Kälber. Wir haben für die gebetet wirklich. Und das ist nicht so gegangen, aber das war ein krasses Beispiel. Ich habe dann weiter gearbeitet, der Kollege gefütterte, dann rief ich nach 4'000 Stunden, sind die gestangen? Sind die wirklich gestangen? Und man denkt, da haben wir einen schönen Wunder. Und trotzdem denkt man, vielleicht ist das auch Zufall. Aber die Kälber sind dann nie mehr abgelegt, also nie mehr, einfach nicht mehr, weil sie krank waren. Die sind gestangen, sind gesund geblieben. und der Erfolg daraus ist gesehen, habe ich schnell unter dem Duschen, habe ich wieder Eindruck, kann man das Kälbchen einem Freund schenken, der viele für uns da haben, weil er das macht. Und der Freund hat mir dann noch bestätigt, super, jetzt sind wir uns gerade dort, das sind gleich wieder Ersatz. Einfach zum sagen, Gott tut die Wunde, man fügt so Sachen zusammen, die man darüber nur kann. Ihr seid zusammen unterwegs, ihr geht auch auf Höfe, ihr versucht auch andere Bauern zusammenzubringen und vielleicht ihnen auch eure Geschichte zu erzählen, auch die Geschichte mit Gott zu erzählen, dass man sich vielleicht einfach überlegt, da ist noch etwas Grösseres herum. Um was geht es euch jetzt konkret? Wo wolltet ihr Männer, Bauern jetzt heute ansprechen, an welchem Punkt? Gibt es da spezielle Botschaften, die ihr habt? Ich merke einfach, ich habe wirklich diese Botschaft, dass einfach auch ein Mann schwach sein darf, dass er einfach auch zu seinen Fehlern stehen darf. Und ich sage es meistens so, dass wir wieder gielen werden. Und ich glaube, dort wo wir gielen sind, vertrauen wir ja auch unserem leiblichen Vater, dass er der Beste ist. Und so geht es ja auch mit Gott. Und ich denke, dort ist ja manchmal auch das Verhältnis gestört. und wenn wir einfach wieder dort einfach die sein, wo wir wirklich im Herz drin sind. Und einfach auch das Herz vielleicht an einem anderen auftun, nicht einfach nur Kinder müssen sein, dort passiert einfach Veränderung. Und einfach auch zu wissen, dass wir gemeinsam auch mit anderen unterwegs sein können, weil dann, wenn wir an die Grenzen kommen, ist es ja so viel einfacher, wenn wir auch wieder einen Freund haben an der Seite, der uns wieder aufhilft. dort ist ja die Frau vielleicht manchmal überfordert oder die Familie überfordert. Und das ist eigentlich das, was ich andere ermutigen möchte. Und auch das Zusammenstehen solidarisch und sagen, hey, wir teilen auch ein Stück weit die gemeinsame Aufgabe und das Leid. Für das stehen ihr extrem stark und ich finde, ihr habt es in dieser Sendung auch voll übergebracht. Ganz herzlichen Dank. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen geben, schreiben Sie uns. ERF-Medien, Fenster zum Sonntag, 83.30 pfäffigen. Oder ein Mail an tv.erf.ch. Wir sagen merci, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von Radgeb Bio. Knackig. Gesund. Bio. Logisch. www.radgeb.bio . Los geht es rein.